Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Zeitmaßen an. Rechnen mit Zeitmaßen, wir subtrahieren wieder zwei Werte voneinander. Diesmal haben wir Tage mit einem kleinen d abgekürzt, für days aus dem Englischen. Tage, Stunden, Minuten und Sekunden. Minuten schreibe ich mit einem Strich, Sekunden schreibe ich mit einem Doppelstrich. Du kannst selbstverständlich gerne Min und Sek oder Min und S schreiben, ist beides richtig. Wir überlegen uns, ob wir zu subtrahieren beginnen können. Wir müssen getrennt subtrahieren, die Tage, die Stunden, die Minuten und die Sekunden. Wir sehen Probleme hier bei den Minuten. Wir können 19 nicht von 13 abziehen und wir können 38 nicht von 24 abziehen. Wir beginnen das Problem zu lösen, immer ganz hinten. Das heißt, unser erstes Problem liegt hier bei den 24 Sekunden. Dieser Wert ist zu klein. Wir können 38 nicht davon abziehen. Wir gehen nach vor zu den Minuten und borgen uns eine Minute aus. Das heißt, wir nehmen vorne eine Minute weg. Eine Minute, das sind 60 Sekunden. Und wir geben diese 60 Sekunden zu den 24 Sekunden dazu. Damit nehmen wir hier weg, geben hier dazu, verändern also den Wert nicht. Und können dann ganz normal weiterrechnen. Wie schaut es dann aus, wenn wir das neu abschreiben? Dann haben wir die 5 Tage, die bleiben gleich. Dann haben wir die 19 Stunden, die bleiben auch gleich. Und jetzt haben wir aber nicht mehr 13 Minuten. Wir haben eine Minute weggenommen. Also haben wir nur mehr 12 Minuten und haben diese eine Minute, diese 60 Sekunden zu den 24 dazugegeben. Also haben wir jetzt hinten 84 Sekunden. Okay? Der Wert und der Wert ist komplett gleicher, ist nur anders geschrieben. Das ist wichtig. Hier steht 13 Minuten 24 Sekunden und hier steht 12 Minuten und 84 Sekunden. Das ist das Gleiche. Nur können wir jetzt dann die Sekunden schon subtrahieren. Haben wir nur mehr das Problem bei den Minuten. Schauen wir uns gleich an. Wir schreiben weiter, Minus, das lassen wir gleich, 2 Tage bleibt, 7 Stunden bleibt, 19 Minuten bleibt und 38 Sekunden bleibt auch. Wir machen wieder einen Strich drunter. Das ist die Subtraktion. Nächstes Problem. Wir können jetzt die Sekundensubtrahien 84 minus 38 kann ich rechnen. Ich kann nicht 12 Minuten minus 19 Minuten rechnen. Gleiche Vorgehensweise wie oben. Wir gehen wieder 1 noch vor. Also wir haben hier das Problem. Und so wollte ich es eigentlich schreiben. Wir nehmen wieder von den Stunden eine Stunde weg und geben diese eine Stunde bei den Minuten dazu. Das bedeutet, ich schreibe Minus eine Stunde. Ich mache es 19, 18. Und gebe diese 60 Minuten, eine Stunde und 60 Minuten, das ist das Gleiche. Ich nehme sie hier weg und gebe sie hier von der Seite wieder dazu. Dann stimmt die Zahl wieder. Ich habe sie nur anders geschrieben, so wie oben. Das heißt, wenn wir wieder aufschreiben, haben wir 5 Tage, bleibt gleich. Wir haben jetzt den 19 Stunden, eine weggenommen, haben 18 Stunden hier, haben aber die 60 Minuten, die eine Stunde zu den 12 Minuten wieder dazugegeben. Also haben wir hier jetzt 72 Minuten, okay? Die 84 Sekunden bleiben gleich und die haben wir uns vorher schon gekümmert. Den Rest können wir wieder abschreiben. Minus 2 Tage bleibt gleich. 7 Stunden haben wir, 19 Minuten haben wir und 38 Sekunden haben wir. Wieder Strich drunter und jetzt erkennen wir, wir können das Problem endlich lösen. Wir können hier subtrahieren und kommen zu einem Ergebnis. Viermal getrennt voneinander und überall ist es möglich. Okay, wir können rechnen, 84 minus 38. Also, 8 und wie viel ist 14 und 6 ist 14, bleibt 1. 1 und 3 ist 4. 4 und wie viel ist 8 und 4 ist 8. 6 und 40 Sekunden. Wir gehen weiter zu den Minuten. 9 und wie viel ist 12 und 3 ist 12. Bleibt 1. 1 und 1 ist 2. 2 und wie viel ist 7 und 5 ist 7. 53 Minuten. Fertig. Wir rechnen von 18, wir rechnen von 18, 7 weg. Also, 7 und wie viel ist 8 und 1 ist 8. 0 und wie viel ist 1 und 1 ist 1. 11 Stunden. Und 5 Tage minus 2 Tage ergibt 3 Tage insgesamt. Fertig ist unser Ergebnis. 3 Tage, 11 Stunden, 53 Minuten und 46 Sekunden. Geht hier ganz leicht subtrahieren. Wir müssen aber die Schritte vorher bedenken. Wir müssen uns eine Minute ausbauen und wir müssen uns eine Stunde ausbauen. und die immer hinten dazurechnen, bevor wir mit dem Subtrahieren richtig beginnen können. Alles klar? Ich verglebi gerne mit dem Submek calm. n